ja hallo youtube heute ist halloween 31.10 und halloween ist kürbiszeit ich koche hier gerade eine kürbissuppe asiatisch bisschen thai und an zutaten habe ich da reingetan eine große zwiebel drei thai dragon chilies und einen liter hühnerbrühe 1000 gramm kürbis zwei knoblauchzehen erstmal die zwiebeln ein bisschen fett anbraten knoblauch dazu auch noch mit leicht andünsten die chilies mit rein und dann kürbis dazu auffüllen mit der hühnerbrühe dann hier kokosmilch zwei solche päckchen 150 milliliter tue ich damit rein und dann wird es gleich püriert und nachdem ich es püriert habe tue ich hier noch so einen teilentrahmte kondensmilch mit dazu und das macht das ganze dann noch so ein bisschen schlunziger ja zum würzen tue ich noch jeweils einen teelöffel zidroten gras einen teelöffel curry und einen halben teelöffel ingwer mit dazu ja jetzt ist es fertig püriert nach gekocht das ist noch eingedickt wird es die suppe genauso schön schlunzig wie sie sein sollte und wenn ihr für diese suppe Hokkaido kürbis nehmt habt ihr noch zusätzlich den vorteil dann müsst ihr ihn nicht mal schälen weil die schale von Hokkaido kann man mit kochen und die wird genauso weich wie der restliche kürbis ja als serviervorschlag dazu als beilage denke ich macht sich ein brötchen immer gut ich bedanke euch bei euch allen Fuß zuschauen bis zum nächsten mal tschau